Sie hören, Der Traumpalast, Roman in zwei Büchern, erstes Buch, Im Bann der Bilder, 1917 bis 1924, von Peter Prange, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Prolog Das Virus, 1917 Ach, was war das Leben doch für eine großartige Erfindung. Bester Laune verließ Konstantin Reichenbach, 33 Jahre jung und von Freunden wie Verwandten nur Tino genannt, seine Sieben-Zimmer-Junggesellen-Wohnung am Gendarmenmarkt und trat hinaus auf die Straße, wo ihn heller Sonnenschein empfing. Heute, so seine Hoffnung, würde sein Leben endlich wieder in jene erfreulichen Bahnen zurückkehren, die der liebe Gott oder wer auch immer sein Schicksal leitete, seit Anbeginn der Schöpfung für ihn vorgesehen hatte. Er war heute nicht in seiner Eigenschaft als Oberleutnant des Kaiser-Alexander-Garde-Regiments Nr. 1 im 3. Garde-Armeekorps gefragt, sondern als Vertreter der familieneigenen Handels- und Kreditbank Reichenbach, die sein Großvater vor einem halben Jahrhundert in Dresden gegründet hatte. Und dank seines Talents, sich überall Freunde zu machen, sowie unter kluger Nutzung der Beziehungen, die seine Eltern bis in die höchsten Kreise von Wirtschaft, Politik und Militär unterhielten, war es ihm gelungen, eine Reihe höchst einflussreicher Herren an einem Tisch zu vereinen, die ihm hervorragend geeignet schienen, sein privates und berufliches Wohl in der von ihm erwünschten Weise zu befördern. Doch da er wusste, dass Tüchtigkeit allein niemals reicht, um ans Ziel zu gelangen, verließ er sich auch heute nicht nur auf diese, sondern suchte, wie fast jeden Morgen, den kleinen Blumenladen an der Ecke des Gendarmenmarkts auf, um eine Nelke zu kaufen. Sein persönlicher Glücksbringer, den er sich täglich ans Revier steckte. Denn eine ordentliche Portion Glück würde er heute gewiß brauchen, damit die Dinge sich für ihn zum Guten wandten.